Hallo, mein Name ist Günther Altenburger und mein Name ist Günther Nadig. Wir beide sind verantwortlich bei Kellner & Kunz für den Vertrieb und suchen neue Talente im Innendienst und Außendienst. Kellner & Kunz ist ein modernes Handelsunternehmen mit der Zentrale in Wels und in der Branche zählen wir zu den Marktführern. Bei uns im Unternehmen sind ca. 1.000 Mitarbeiter beschäftigt und wir beliefern Unternehmen in Österreich und ganz Europa. Wir verkaufen Schrauben, Werkzeug, Normteile und mit unseren digitalen Dienstleistungssystemen versorgen wir den Kunden direkt vor Ort in seiner Produktion. Mit diesen Systemen und unserer Vertriebsmannschaft halten wir die Industrie am Laufen und zur Verstärkung unserer Mannschaft suchen wir genau dich im Innendienst und im Außendienst. Bei nicht nur einfach einen Job zu haben. Bei uns zu sein, das bedeutet am Anfang eine sehr umfangreiche Einschulung zu bekommen und zugleich auch Teil eines ganz großartigen Teams zu sein. Bei uns, da steht die Gemeinschaft und die gemeinsame Leistung im Vordergrund. Egal ob du jahrzehntelange Erfahrung hast oder ein motivierter Quereinsteiger. Bei uns zählt der Mensch. Wenn du hoffend und ehrgeizig bist, wenn du kommunikativ bist, wenn der Vertrieb genau das Deine ist, dann bist du bei uns absolut richtig. Wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen genau mit dir.